Bist du schon mal angegriffen worden? Oh ja, also mit einem Messer direkt jetzt noch nicht, aber eine Baseballkeule, Stöcker, Flaschen, das ist ja auf jeden Fall, das ist alles, was man schnell greifen kann, was rumliegt, Steine, Steine werfen, alles was man mit Stühle, da wurde ich schon mit angegriffen, klar. Bist du schon mal angegriffen? Die Jubiläumsfolge heute, hallo, ich bin Steffi, heute die 20. Folge, deshalb an dieser Stelle danke an euch alle, die ihr so treu immer wieder unseren Podcast Dienstag hört, Menschen, die Start machen. Ich freue mich wirklich immer noch, dass ich Teil dieses Ganzen sein darf und seit 20 Folgen so viele tolle, spannende Menschen und Berufe im öffentlichen Dienst kennenlernen durfte. So auch heute, ich finde wir haben eine super spannende 20. Folge für euch. Heute sei allerdings vorher noch gesagt, wenn ihr sensibel auf Gewaltschilderungen reagiert, dann solltet ihr vielleicht die vorhergehende 19. Folge oder dann die 21. Folge hören, aber das gibt ihr vielleicht dann einfach einmal weiter. Denn mein Gast heute ist Bundespolizeiausbilderin Bianca Ullmann. Schön, dass du mein Gast bist heute. Ja, hallo, vielen Dank. Liebe Bianca, für dich wie für all unsere Gesprächspartner im Vorfeld gerne ganz kurz der Steckbrief, dass wir wissen, wer du bist, mit wem wir es heute zu tun haben. Einmal das Alter. Ja, ich bin 49 Jahre alt oder jung, sagt man ja schon. Jung, definitiv. Herkunft und Wohnort? Ich komme aus Diepholz, das liegt zwischen Bremen und Osnabrück. Die genaue Berufsbezeichnung? Ich bin Polizeioberkommissarin bei der Bundespolizei. Genau und du bist Ausbilderin, da werden wir aber gleich nochmal näher drauf eingehen. Hast du Tattoos und wenn ja, welche? Darf man das überhaupt bei der Polizei? Oh ja, also ich habe selber keine, aber wir dürfen Tattoos tragen. Auf jeden Fall. Nicht sichtbar, aber ansonsten sind die erlaubt. Musikgeschmack. Was hörst du für Musik? Ich bin mehr so in der Alternativ-Rock-Gothic-Runde unterwegs. Also mit Helene Fischer braucht man mir nicht kommen. Das klingt echt spannend. Was sind denn so Eigenschaften, die du gern an dir magst? Also ich bin, ich finde, ich bin relativ belastbar. Das mag ich. Und mein Grundsatz ist immer, für jedes Problem gibt es eine Lösung. Also es ist egal, wie die Probleme sind, aber es gibt immer eine Lösung im Leben und das kann man gut beibehalten, ja. Das hilft dir sicher in deinem Job auch, aber mehr gleich dazu. Gibt es dann auch etwas, wo du sagst, boah, also Schwäche würde ich es jetzt vielleicht nicht nennen, aber vielleicht gibt es ja was Nettes, Augenzwinkendes, was du sagst, naja, das würde ich vielleicht auch ganz gern mal ändern. Bei mir ist es Unordentlichkeit. Ich fahre keinen Fahrstuhl. Was? Wieso? Ich habe totale Fahrstuhlpanik und ich war gestern gerade mit Kollegen in einer Tagung und der Tagungsraum war in einer 16. Etage und die bin ich dann halt gelaufen. Ich steige einfach nicht in diese Fahrstuhl ein. Ich habe da ehrlich gesagt relativ große Angst. Muss ich aber zugeben, das ist eine Schwäche von mir. Gab es da ein Erlebnis? Da bist du schon mal festgesteckt wahrscheinlich, oder? Ja, nicht im Fahrstuhl, aber so außer Kindheit. Ich komme von der Landwirtschaft und da musste ich mal in so einen dunklen Raum rein und deswegen fahre ich einfach keine Fahrstühle, ja. Okay, das kann ich ja auch tatsächlich verstehen. Also ich habe ein mulmiges Gefühl auch dabei. Also ich fahre Fahrstuhl, aber ich denke mir auch immer, bitte bleib einfach nicht stecken. Ich möchte da nicht drin stecken. Danke, dass du es mit uns geteilt hast. Danke. Auch für dich gibt es jetzt heute eine Einstiegsklischee-Frage, wie für all unsere Interviewpartnerinnen und Partner, weil man hat ja ein bestimmtes Bild meistens von einem Beruf oder einer Berufsgruppe und da würde ich gerne am Anfang immer so ein bisschen drauf rumreiten. In dem Fall muss man für eine Ausbildung bei der Bundespolizei immer gut finden, was die Regierung oder der Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin tut und gut findet. Ja, also man ist für die Ausbildung speziell jetzt. Also man ist ja Polizistin, Polizist 24-7 und man hat halt ein Eid geschworen auf die Demokratie und auf das Grundgesetz. Und ja, da ist es immer schwierig, seine eigene persönliche Meinung kundzutun. Aber die darf man natürlich haben, ja. Da stelle ich mir manchmal auch gar nicht so einfach vor, wenn man so im Alltag unterwegs ist und ja auch gern mal ein Bierchen trinkt und mal feiern geht mit Freunden, weil man ist ja trotzdem auch noch ein Mensch. Dass man das dann so immer berufskonform macht, möchte ich das mal vorsichtig ausdrücken. Ja, aber da wächst man rein. Das machen die Anwärterinnen und Anwärter in der Ausbildung auch. Und die merken das selber, wenn die in der Ausbildung sind, dass die auf einmal sich entwickeln. Die werden schon, die wachsen schon rein in so eine Uniform. Und ja, so geht man dann auch ein bisschen anders durch den Tag. Das ist richtig, ja. Ja, das finde ich jetzt total spannend. Da sind wir eigentlich schon drin im Thema. Vorneweg möchte ich aber ganz kurz nochmal so eine kleine Definition von dir haben oder mit dir zusammen wagen. Weil vielleicht muss man das kurz mal erklären. Was ist denn der Unterschied, der genaue eigentlich zwischen Bundespolizei und Polizei, Landespolizei, die, die man so kennt und denen man so beim Knöllchen verteilen etc. begegnet? Ja, die Landespolizei, das sind halt die Polizistinnen und Polizisten der Länder, der Bundesländer. Und die Bundespolizei ist halt bundesweit einsetzbar mit anderen Zuständigkeiten. Deswegen, also zum Beispiel bei der Landespolizei ist auch der Straßenverkehr mit darin, was bei der Bundespolizei nicht ist. Wir haben die Grenzkontrollen, wir haben Luftsicherheit, die Sicherheit an den Bahnhöfen. Das sind unsere Zuständigkeiten zum Beispiel. Das ist der Unterschied. Und wir haben den Auslandsbereich mit dabei. Wir sichern die deutschen Botschaften im Ausland. Wir begleiten bei Rückführung, bei Abschiebung. Wir sind bei Frontex mit unterwegs. Also da gibt es eine riesige Vielfalt. Was machen denn die Spezialeinheiten der Bundespolizei? Also wir kommen ja immer mit unserem Zugpferd, die GSG 9, die Grenzschutzgruppe 9. Das ist ja die Spezialeinheit schlechthin, die auch weltweit bekannt ist. Das ist auch aus gutem Grund. Aber wir haben auch noch andere Spezialeinheiten. Da gehören die BFE, die BFE Plus, aber auch eine Reiterstaffel, die Hubschrauber, die Hundeführer. Was ist BFE? Was ist denn das? Eine Beweis- und Festnahmehundertschaft. Genau, das ist auch eine Spezialtruppe. Es gibt die Einsatzhundertschaften bei der Bundesbereitschaftspolizei und es gibt auch da die Beweis- und Festnahmehundertschaft, wo man noch ein spezielles Eignungsauswahlverfahren machen muss, eine spezielle Ausstattung hat und die für Lagen zuständig sind, die auch im terroristischen Bereich gehen. Das klingt super spannend. Da möchte ich gerne nochmal eine extra Podcast-Folge mit dir drüber machen. Vorneweg möchte ich jetzt aber erstmal von dir wissen, du bist ja Ausbilderin bei der Bundespolizei, bist aber ja selber Kommissarin. Wie kam es denn dazu, dass du jetzt ausbildest? Das ging relativ früh los und zwar damals musste ich in der Ausbildung noch, wir hatten Selbstverteidigung, Jujutsu, da musste man noch einen Dahn machen und ich habe mehrere gemacht mit einem Ausbilder, den ich selber hatte im zweiten Dienstjahr. Und wo ich dann mit der Ausbildung fertig war, kam ich dann zurück in den Standort und dann hat er mich gleich weiter gemeldet. Und dann bin ich relativ früh mit 24 in den Bereich gekommen, Einsatztrainerin, Schießausbilderin, Sportausbilderin, also den Polizeitrainer quasi gemacht. Alles, was dazugehört an Einzelqualifikationen. Das heißt, warst du denn dann als Kommissarin auch selber im Dienst unterwegs oder bist du dann wirklich direkt in der Ausbildung geblieben? Nee, bei uns gibt es einmal den Polizeitrainer fest und den Polizeitrainer in einer Nebenfunktion. Und selber war ich bis vor fünf Jahren, wir nennen das auf der Straße, ich war selber in Spezialeinheiten unterwegs und vor fünf Jahren bin ich erst in die Ausbildung gegangen. Also ich habe diese ganzen Scheine gemacht und habe dann eine Fortbildung gemacht auf den Dienststellen und die Ausbildung erst selber vor fünf Jahren gestartet. Und ich habe viel erlebt und dachte ich so, jetzt ist mal das dran. Vor allem kannst du natürlich aus deiner eigenen Erfahrung den jungen Leuten auch was mitgeben. Jetzt müssen wir vielleicht da mal genau da einsteigen. Wie sieht denn so eine Ausbildung überhaupt aus bei der Bundespolizei? Also zum einen, wie kommt man denn da hin? Man hört ja immer so von dieser knallharten Aufnahmeprüfung, die eigentlich kein Mensch schaffen kann, weil so sportlich kann keiner sein. Wie läuft das ab? Also das stimmt nicht. Also das Eignungsauswahlverfahren für den mittleren Dienst bei der Bundespolizei und für den gehobenen Dienst ist für jeden schaffbar. Man kann sich darauf vorbereiten. Die Tests kann man abrufen bei bundespolizeikarriere.de und man kann sich wunderbar darauf vorbereiten. Es wird ein Sporttest abverlangt, ein schriftlicher Test. Der Arzt ist relativ wichtig, den muss man natürlich bestehen und dann anschließend gibt es halt ein Gespräch. Und für den mittleren Dienst braucht man einen Realschulabschluss oder einen Hauptschulabschluss mit Berufsausbildung. Und für den gehobenen Dienst Abitur, Fachabitur und dann kann man das ERV machen. Man muss gesund sein, natürlich, und belastbar sein, um diese Ausbildung und später den Beruf auszuüben. Und die Ausbildung ist nicht ohne, die ist sehr vielfältig, sie ist sehr anstrengend. Wie viel zählt da eine psychische Überprüfung? Also hat man da dann tatsächlich ein Gespräch mit einem Psychiater oder Psychotherapeuten, der einen einschätzt, ob man dem gewachsen ist? Denn was da auf die Bewerberinnen und Bewerber zukommt, darüber sprechen wir jetzt gleich noch. Und das ist ja teilweise wirklich nicht ohne. Also bei dem Auswahlgespräch wird schon ein bisschen versucht, auf die Psyche einzugehen, aber es geht wirklich nur 30 Minuten und dann ist es relativ schwierig. Und der Bewerber oder die Bewerberin, wenn die mit der Ausbildung oder dem Studium startet, wird es dann relativ schnell selber feststellen, ob dieser Berufswunsch wirklich für sie oder für ihn das Richtige ist. Und wir haben auch relativ frühzeitige Kündigungen, so ist das halt. Kann ich mir absolut vorstellen. Das ist ja wie in jedem Beruf auch. Deswegen bin ich ja so ein Verfechter von Praktikas, dass man mal reinschnuppert, um einfach wirklich zu sehen, wie ist es denn dann, wenn man das arbeitet? Denn man hört viel davon, aber das kann man ja selber überhaupt nicht beurteilen, ob das einem liegt. Und in diesem Beruf natürlich so und so, weil da ja unfassbar viele Anforderungen kommen. Deswegen vielleicht steigen wir da nochmal ein. Wie genau läuft denn diese Ausbildung? Du hast gerade gesagt, die ist sehr vielseitig. Was erwartet denn die Bewerber und Bewerberinnen, wenn sie tatsächlich diese Aufnahmeprüfung dann auch geschafft haben? Also ich nehme mal den mittleren Dienst als Beispiel. Der geht zweieinhalb Jahre und dann starten die Bewerberinnen und Bewerber dann am 1. September oder 1. März. Dann sind die Einstellungszeiten und dann geht es los. Und dann hat man halt die Woche 41 Stunden, die wirklich durchgetaktet sind, von morgens um Viertel nach sieben bis abends um halb fünf oder späten Nachmittag um halb fünf. Und dann gibt es Fächer in der Praxis, das Einsatstraining, die Schießausbildung, das Situationstraining, Sport, Schwimmen, alles was dazugehört. Aber auch gleichzeitig die Theorie in Rechtswissenschaften, politische Bildung und Deutsch und Englisch sind tatsächlich bei uns ein Nebenfach. Ich habe im Vorfeld, als ich mich auf das Gespräch vorbereitet habe, eure Homepage angeguckt. Und da stehen ja alle so in Reihe und Glied. Wie man das kennt von dieser Police Academy, diesen Filmen damals. Ist das denn so, dass das so wie in einem Bootcamp, alle marschieren in der Früh erstmal alle auf und alle müssen sich da in Reihe und Glied aufstellen? Ist es tatsächlich so? Ja, es ist wirklich so. Also um Viertel vor sieben, wir nennen das Antreten im Zugrahmen. Und da wird sich wirklich in Reihe und Glied aufgestellt. Dann gibt es Meldungen, das wird schon noch gemacht, da haben wir schon noch eine Struktur. Die Züge gehen wirklich immer geschlossen von A nach B zu ihren Unterrichten, die müssen sich sammeln. Und das hat auch was mit Teambuilding zu tun. Aber auch später, wenn sie zum Beispiel in der Bereitschaftspolizei sind, dann wird auch alles im Zugrahmen durchgeführt. Und wir müssen uns, also Teamplayer ist das absolute A und O. Man muss sich immer auf seinen Kollegen und seine Kolleginnen verlassen können. Und das versuchen wir in der Ausbildung von Anfang an mit einfließen zu lassen. Es hat schon so ein bisschen Bootcamp-Charakter dann, ne? Also wird da dann auch gebrüllt so, Müller, stehen Sie gerade und so. Ja, das wird schon gemacht. Und wenn es Probleme gibt, dann gibt es auch den besagten Stiefellauf, nennen wir das immer noch. Das heißt, dass wir im Zugrahmen dann doch nochmal so ein bisschen einen kleinen Erfrischungslauf machen. Über zwei, drei, vier Kilometer mit ein paar Liegestützen und alles, was dazugehört. Und dann geht es weiter mit der Ausbildung. Also das gibt es auch immer noch. Weil Team und Belastbarkeit werden schon abgefragt, ja? Jetzt hast du gerade schon so ein paar Punkte angesprochen in der Ausbildung, die ich sehr spannend finde. Zum einen bist du Schießtrainerin. Stelle ich mir gar nicht so einfach vor. Gerade in Deutschland haben wir ja jetzt nicht zwangsläufig mal eine Waffe in der Hand. Das ist ja in anderen Ländern manchmal ein bisschen anders, gerade in den USA. Bei uns ist es ja Gott sei Dank, wie ich finde, nicht so, dass man das gewöhnt ist, eine Pistole in der Hand zu halten, einen Revolver in der Hand zu halten. Wie viele Bewerberinnen und Bewerber stellen auch da vielleicht schon fest, ich kann das zwar, aber das, was ich damit tun soll, kann ich nicht. Wie läuft sowas ab, so ein Schießtraining? Also es gibt es wirklich, ja. Wir fangen an, relativ viel. Da gibt es ein Handhabungstraining, da werden dann alle darauf vorbereitet, dass sie wissen, wie die Waffe funktioniert. Es gibt auch einen theoretischen Unterricht. Und wenn das alles durchgeführt wurde, geht es in die Raumschießanlage und dann wird der erste Schuss abgegeben. Und für einige ist es wirklich eine Überwindung. Man soll Respekt mit und vor der Waffe haben, aber keine Angst. Und wenn es in dem Bereich Angst geht, dann ist es wirklich so, dass einige auch aufgrund des Schießtrainings kündigen, weil sie dann wirklich da nicht mit zurechtkommen, einfach zu schießen. Im Schießtraining schießt man ja nicht auf eine lebende Person oder ein Tier oder so, wie es ja dann letztlich im Beruf doch sein kann. Da schießt man auf eine Zielscheibe. Kann man das denn dann überhaupt so trainieren, dass man da vorbereitet ist drauf, letztlich im Beruf? Wir starten mit einem Schießtraining, ja, auf eine Scheibe. Ein schulmäßiges Schießen, später kommt ein einsatzmäßiges Schießen in der Bewegung, aus der Bewegung, aber auch bewegliche Ziele, also Filme zum Beispiel. Das wird simuliert. Und dann haben wir aber Trainingssysteme. Das sind Trainingssysteme, dass wir wirklich zum Beispiel in die Einsatztraininghalle gehen können und dann simulieren wir einen Angriff. Und dann zieht man seine Waffe und kann dann direkt auf die Person auch schießen mit dem Trainingssystem. Das musst du mir, glaube ich, nochmal näher erläutern. Mit einem Trainingssystem. Das heißt, ich habe dann da eine Attrappe, auf die ich schieße, oder? Nee, es ist eine Trainingswaffe, die wir anwenden. Die ist mit Luftdruck, da passiert nichts. Und da geht es ganz einfach darum, wenn man angegriffen wird, wir machen ja auch zum Beispiel, wir trainieren die Abwehr von Messerangriffen. Wie schnell kann ich meine Waffe ziehen? Wie weit muss ich eine Distanz aufbauen, damit ich meine Waffe möglichst schnell ziehen kann? Und dass ich dann noch kontrolliert auf die Arme oder Beine schießen kann in dem Moment. Es ist erstmal ein Außerkraftsetzen des Gegners. Ja, genau. Wir sind erstmal an Recht und Gesetz gebunden. Und da heißt es ganz klar, dass wir einmal erstmal auf die Beine zielen müssen. Und das versuchen wir auch zu trainieren. Beine, Hüfttreffer zum Beispiel, sodass dann halt der Angriff unterbunden wird. Jetzt möchte ich da trotzdem aber nochmal drauf eingehen. Letztendlich kann es aber natürlich ja passieren, im allerschlimmsten Fall, dass man einen Menschen umbringt mit diesem Schuss. Kann man sich da vorbereiten? Kann man den Bewerberinnen und Bewerbern da was mitgeben in der Ausbildung? Stelle ich mir unglaublich schwer vor. Ja, das ist wirklich schwierig, da eine Vorbereitung. Da gehen wir ja auch wirklich in den psychischen Bereich mit rein. Natürlich zeigen wir Eigensicherungsunterricht Filme, Realfilme, wie es aussehen könnte. Und werten die dann aus und bearbeiten das Ganze, damit dann wirklich eine Vorbereitung schon stattfinden kann. So könnte es passieren. Und wir tun es oder wir versuchen es in der Ausbildung, aber auch immer wieder in der Fortbildung zu trainieren. Aber wenn dieser Ernstfall dann auftritt, dann wünschen wir jeden Kollegen und jede Kollegin, dass das nicht passiert. Ja. Darf ich dich fragen, ob es dir schon passiert ist oder ob du so eine Erfahrung gemacht hast schon? Ja, also ich habe meine Waffe schon öfter ziehen müssen. Ich habe auch schon mal einen Warnschuss abgegeben. Gott sei Dank musste ich noch nie auf einen Menschen schießen. Und ja, klar, das kann immer sein. Ja. Das gehört dazu, zur Polizistin, zum Polizisten, ja. Du hast aber gerade gesagt, man muss ja aber auch auf Messerangriffe wahrscheinlich vorbereitet sein. Und trägt der Polizist selbst auch ein Messer? Wir haben Führungs- und Einsatzmittel. Da ist einmal das Pfefferspray mit dabei, der Schlagstock und die Pistole und Maschinenpistole. Ja. Wir würden ganz gerne den Taser noch dabei haben, aber da hakt es momentan in der Umsetzung, dass wir ihn auch wirklich endlich zugelassen bekommen. Einige Länderpolizeien haben es schon, die Bundespolizei leider noch nicht. Da ist es noch in der Erprobung. Also das Elektroimpulsgerät. Und das sind unsere Führungs- und Einsatzmittel. Ein Messer haben wir nicht. Nein, wir wären, ja, genau. Da ging es tatsächlich um Messerangriffe abwehren, was du vorhin gesagt hast. Verstehe. Das ist aber tatsächlich auch was, worauf man sich hervorbereiten muss. Über die Jahre hat sich schon entwickelt, dass die Schwelle zur schnellen Gewalt von Polizeichen gegenüber, gegenüber Polizistinnen und Polizisten schon gestiegen ist. Und das Messer ist halt ein Tatmittel, was man einfach gut kaufen kann. Es muss ja nicht ein besonderes Messer sein. Es kann auch ein Küchenmesser sein oder ein Taschenmesser sein. Aber ein kleines Taschenmesser mit einer Klinge von sechs Zentimeter kann wirklich dazu führen, wenn das richtig angewendet wird, dass man jemanden damit töten kann. Also wenn jemand wirklich sein, also ein Messer einsetzt, dann gehen wir immer davon aus und die Prozentzahl zeigt es auch wirklich, dass nicht nur einfach nur ein Stich, ein einzelner Stich eingesetzt wird, sondern um das wirklich heftig zu sagen, es wird gehackt. Also ein Angreifer mit einem Messer sticht mehrmals auf eine Person zu. Und das geht relativ schnell. Und da dann eine Distanz aufzubauen, ist wirklich nicht einfach. Wir trainieren das in der Ausbildung und in der Fortbildung. Wir haben verschiedene Distanzen, eine Nahdistanz, wo wir trainieren können, was machen wir dann, wenn ein Messer eingesetzt wird. Aber am besten oder das, was wir immer versuchen, ist, möglichst Abstand zu gewinnen, sieben Meter mindestens, damit wir dann die Schusswaffe wirklich ziehen können. Weil eine Abwehr gegen ein Messer auf eine Nahdistanz erfordert sehr, sehr viel Training. Und das haben wir leider nicht. So viel Training haben wir leider nicht, weder in der Ausbildung noch in der Fortbildung. Okay, da höre ich schon so den ein oder anderen Missstand raus. Da werden wir auch gleich nochmal näher drauf eingehen. Also bist du schon mal angegriffen worden? Oh ja. Ja. Also mit einem Messer direkt jetzt noch nicht, aber eine Baseballkeule, Stöcker, Flaschen. Das ist, ja, auf jeden Fall. Alles, was man schnell greifen kann, was rumliegt, Steine, Steine werfen, alles, was man mit Stühle, da wurden wir schon, ja, wurde ich schon mit angegriffen, klar. Ja, das habe ich tatsächlich, als ich das gehört habe im Vorgespräch, weil du dann den Satz gesagt hast, und dann musst du zuhauen, dann musst du zurückhauen. Und jetzt bin ich Mama von zwei Jungs und ich sage immer meinen zwei Jungs, du bestimmt deinen Kindern ja auch, wenn ihr angegriffen werdet, geht ihr weg. Ja, weil ich will ja keine Eskalation haben. Das ist ja das, was man so beigebracht bekommt. Aber das, was man da im Kopf hat durch die Erziehung, das muss man da ja in der Ausbildung komplett ablegen. Oder zumindest so weit ablegen, dass man im Falle dessen, dass man angegriffen wird und jemand anderen vielleicht auch verteidigen muss, auch zuschlagen oder schießen muss, oder? Ja, also die Ausbildung, also eine Polizistin und ein Polizist ist die stärkste Waffe, die Kommunikation, so sagen wir das halt immer. Und 90 Prozent der Polizeiarbeit besteht auch aus Kommunikation, aber es können die letzten zehn Prozent noch kommen. Und im Bereich der Kommunikation und wenn dann etwas passiert, den Hebel umzusetzen und zu sagen, so, jetzt schlage ich zu als Polizistin, das muss man umgesetzt bekommen. Und das ist schwierig. In der Ausbildung wird das wenig trainiert und wir haben ja Eskalationsstufen. Erst ist die Kommunikation mit dabei, dann ist die nächste Stufe der unmittelbare Zwang mit einfacher körperlicher Gewalt. Die nächste Stufe wäre Pfeffer, die nächste Stufe wäre das Eker oder der Schlagstock und die letzte Stufe die Schusswaffe. Und wir versuchen immer auf den unteren Stufen zu bleiben. Das ist unser Ziel. Wir wollen mit Kommunikation viel beheben und dann mit unmittelbarem Zwang. Und manchmal ist es so, dass man doch sagen muss, okay, hier muss ich zwei, drei Stufen überspringen und direkt den Stock ziehen und auch bereit sein zuzuschlagen. Und das ist nicht einfach. Dass Polizeigewalt, Gewalt gegen Beamtinnen und Beamte tatsächlich immer mehr zunimmt. Da gibt es ja auch immer wieder Statistiken, Studien dazu, die das auch belegen. Und ist das dann auch deine persönliche Erfahrung? Merkt man das auch, dass man das auch wirklich braucht und dringend braucht in der Ausbildung, weil das eben überhand genommen hat oder zugenommen hat, möchte ich sagen. Ich würde ganz gern einen Aspekt rausnehmen, dass die Gewalt gegen Polizistinnen und Polizisten mehr geworden ist. Und zwar, wir sind immer öfter in der Unterzahl. Und da ist jetzt ein bisschen Beigeschmack, den ich damit reinbringe. Wenn zum Beispiel eine Massenschlägerei stattfindet, sagen wir mal irgendwo in der Bahnhofsnähe, nach einem Disco-Besuch war es vor ein paar Jahren so, dass die Dienstgruppe ist rausgegangen und waren zahlenmäßig überlegen und konnten die Situation bereinigen. Jetzt ist es so, dass nicht mehr genug Polizistinnen und Polizisten auf der Straße sind. Wir haben einfach Personalknappheit und wir sind, wenn wir auf so eine Massenschlägerei zukommen, in der Unterzahl. Und das heißt immer für uns eine erhöhte Gefahr. Das heißt, dem entnehme ich schon, dass wir ganz dringend Nachwuchs brauchen, auch in diesem Bereich, oder? Ja, auf jeden Fall. Die Bundesprinzahlen, wir haben in den nächsten Jahren sehr viele Abgänger, die in die Pension gehen. Und deswegen brauchen wir jungen, motivierten Nachwuchs auf jeden Fall. Und das kommen auch ganz klasse Polizisten und Polizistinnen nach zweieinhalb und dreien Jahren raus, wo ich auch immer sehr stolz bin im Endeffekt, wenn ich sehe, was die in diesen zweieinhalb oder drei Jahren Studium gelernt haben. Und dann wünsche ich denen immer alles Gute und ich weiß, die werden ihren Weg gehen. Jetzt haben wir ja ganz viel darüber gesprochen, welche Gefahren dieser Job haben kann und worauf man sich vorbereitet. Einen Aspekt möchte ich ganz kurz noch anschließen und danach möchte ich gerne über das Positive auch zu sprechen kommen. Weil wir gesagt haben, man muss sich auf Gewalt vorbereiten. Ich hatte ganz am Anfang unseres Podcasts mal eine Polizistin aus Hamburg und die hat uns erzählt, wie sie ihren ersten toten Menschen, ihre erste Leiche entdeckt hat und dass das erstmal gar nicht so leicht war, das zu verarbeiten. Ist sowas Teil dieser Ausbildung auch und kann man überhaupt die jungen Leute darauf vorbereiten? Es gibt schon einen Psychologieunterricht, wo die jungen Menschen darauf vorbereitet werden. Aber ich muss ehrlich gesagt zugeben, das passiert in der Ausbildung nicht so umfassend, wie es sein sollte. Und nach der Ausbildung müsste da immer ein bisschen mehr darauf eingegangen werden. Wie war das für dich damals? Mein erster Toter? Ich hatte 101 erste Tote damals. Oh Gott. Ja, genau. Ich war damals in Eschede mit dabei und das war grausig. Das war wirklich grausig und das sind Bilder, die verliert man sein Leben lang nicht. Wir wurden danach noch psychologisch betreut. Das war aber auch eine Zeit, da war das alles noch in den Anfängen. Aber Eschede, die ganzen Bilder und die Gerüche, alles was dazu gehört, das werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Das glaube ich dir. Das tut mir leid. Ich hoffe, da habe ich jetzt nicht was aufgewühlt. Danke, dass du es mit uns geteilt hast. In so einem Fall ist es wirklich, die Kollegen und Kolleginnen untereinander helfen sich auch relativ viel. Also wenn man ein gutes Team hat, ein gutes Miteinander, dann wertet man es viel aus. Man redet darüber, weil man ja das gemeinsam erlebt hat. Und das ist auch sehr, sehr wichtig. Und die Zeit muss auch gegeben werden. Es gibt auch wirklich jetzt geschultes Personal, die da unterstützen. Ich hatte zum Beispiel schon im zweiten Dienstjahr, wo zwei Kollegen damals an der Grenze überfahren wurden von einem LKW, eine komplette Trauerfeier. Also man ist wirklich schon, die Erlebnisse hat man. Ich glaube, ganz, ganz viele Kolleginnen und Kollegen haben wirklich ihre eigene Geschichte, aber man ist nie alleine. Also man redet schon viel drüber und da muss ich aber auch der Bundespolizei ein Zuständnis geben. Die haben in den letzten Jahren im psychologischen Bereich schon einiges getan. Wo ihr nicht alleine gelassen werdet mit solchen Situationen. Das ist was, was man so als Mensch, der nicht in diesem Job ist, manchmal vergisst tatsächlich, was ihr für einen Wahnsinnsjob für uns macht. Denn es ist ein Job, der gemacht werden muss auch, dass wir sicher sind und dass für Recht und Ordnung gesorgt wird. Und dass ihr aber dadurch für uns alle in solche Situationen kommt, die ihr verarbeiten müsst. Und das ist wahnsinnig stark. Vielen, vielen lieben Dank für euren Einsatz, den ihr da tut. Jetzt haben wir ganz viel natürlich über die Herausforderungen gesprochen. Ich möchte aber deswegen auch unbedingt noch über die positiven Dinge dieses Jobs sprechen. Was gibst du als Ausbilderin den Bewerberinnen und Bewerbern auch mit? Warum ist dieser Job auch wirklich ganz großartig toll und spannend und aufregend und vielleicht auch glücklich machend sein kann? Also ich bin seit 31 Jahren jetzt Bundespolizeistin und ich muss sagen, diesen Berufswunsch habe ich nie bereut. Das liegt aber auch daran, weil die Bundespolizei so vielfältig ist und man hat relativ viele Möglichkeiten. Man muss reisen möchten, mögen. Wenn man sagt, ich möchte gerne häuslich bleiben, ich komme aus dem und dem Ort und möchte mein Leben da verbringen, dann ist es, glaube ich, nicht der richtige Beruf. Wenn man sagt, ich möchte viel erleben, ich bin bereit umzuziehen, dann hat man ganz, ganz viele Möglichkeiten. Spezialeinheiten haben wir auch eine große Vielfalt. Ich war eine Observationseinheit, ich war eine szene kundige Beamtin. Und wenn man sagt, ich möchte das machen, dann wird man auch gefördert und gefordert. Und für die Frauen, für die Kolleginnen nochmal, es braucht sich keine Polizistin verstecken. Also wenn man sagt, das ist eine Männerwelt, das stimmt nicht. Es ist eine gemischte Welt zwischen Frauen, Männern, alles was dazu gehört, eine vielfältige Welt bei der Bundespolizei. Und als Polizistin kann man auch verschiedene Spezialeinheiten erreichen, wenn man es möchte. Man muss ein bisschen dafür trainieren. Man muss wissen, welche Vorteile jede einzelne Polizistin selber hat. Und ja, es ist auf jeden Fall ein Beruf. Ich kann es jeder Frau empfehlen, die Lust hat, Polizistin zu werden, dass sie dann trotzdem sich bewirbt. Weil sie wird es schaffen. Ich bewundere dich wahnsinnig, möchte ich an dieser Stelle mal sagen, was du für eine Power hast. Denn ich weiß ja jetzt auch von dir, dass du auch noch Mama bist. Und ich finde es schon manchmal schwierig, meinen Radiojob hier so mit der Familie zu vereinen. Aber das, was du so leistest nebenbei, ist das denn handelbar gewesen? Vielleicht auch für alle Bewerberinnen, die mal eine Familie planen? Ja, es ist handelbar schon. Man braucht natürlich Rückhalt in der Familie, weil trotzdem mein Beruf, also ich, so wie ich das gemacht habe, ich hatte immer eine Zweitwohnung quasi. Also ich bin manchmal ein oder zwei Nächte in der Woche nicht zu Hause gewesen, weil es nicht anders ging. Und wenn das zu Hause funktioniert, dann kann man es schon machen. Und mein Sohn, der ist da reingewachsen. Ja, ihm geht es gut. Ihnen hat es nicht wehgetan, dass Mama vielleicht einen Tag oder zwei Tage die Woche da nicht zu Hause war. Ja, und doch, das funktioniert. Man muss es einfach nur absprechen mit einem Partner oder Partnerin und dann funktioniert es schon, ja. Ja, das ist super gut zu hören. Ich glaube, wir Frauen müssen uns da sowieso einfach viel mehr trauen, wie du sagst. Man muss nicht jeden Tag zu Hause sein. Wenn man in den anderen Tagen eine gute Mama ist, das reicht auch vollkommen. Und man kann sich das auch gut aufteilen mittlerweile mit den Papas und Mamas und wer auch immer da noch miterzieht. Jetzt haben wir es vorhin ganz kurz schon angerissen. Es gibt so das ein oder andere, wo ich raushöre, dass du so ein bisschen Unmut hast. Vielleicht haben wir ja, unser Podcast ist auch dafür da, dass wir dem mal eine kleine Plattform geben. Was würdest du dir denn wünschen? Was könnte denn besser laufen? Was müsste denn besser laufen in der Ausbildung, damit ihr auch einen besseren Job noch machen könnt und die Bewerberinnen und Bewerber besser darauf vorbereiten könntet? Oh, da gibt es viel. Da könnte ich jetzt ganz, ganz viel rausholen. Aber es ist erstmal die Ausbildung. Das Studium müsste schon ein bisschen umstrukturiert werden und ein bisschen effektiver werden. Sie ist einfach zu facettenreich. Sie könnte ein bisschen einfacher werden und später, wenn die Kolleginnen und Kollegen fertig sind und ihren Zieldienstposten erreichen, dass sie dann dort weiter fortgebildet werden. Weil für ganz, ganz viele ist diese umfassende Ausbildung und Studium doch ein bisschen zu viel, schulisch gesehen. Und deswegen schaffen sie die Voraussetzungen nicht. Wo man aber gleichzeitig weiß, dass sie eigentlich gute Polizistinnen und Polizisten wären. Da würde ich ein bisschen zurückschrauben, ehrlich gesagt. Und Geld fehlt dementsprechend. Wir haben zu wenig Trainingsmöglichkeiten, zu wenig Trainingsausstattung. Die Gebäude, alles. Auch Fortbildungsbereich bei den Kollegen, die schon fertig sind. Da wird sehr, sehr viel gespart zurzeit. Und das merken wir natürlich. Da müsste eigentlich am besten auch ein bisschen mehr passieren. Dann hoffen wir in diesem Fall, dass wir das durch unseren Podcast an die eine oder andere Stelle auch bringen, die da was bewegen können. Liebe Bianca, im Abschluss hätte ich gerne von dir noch gewusst, was du den zukünftigen Bewerberinnen und Bewerbern, die sich vielleicht auch an diese Aufnahmeprüfung wagen möchten, gerne mitgeben möchtest, um sie vielleicht in diesen Job zu holen. Also wenn sie gerne Polizistinnen und Polizisten werden möchten, das ist ihr Traum. Und sie haben auf einem Zeugnis sieben Vieren stehen, aber trotzdem den Schulabschluss geschafft. Sollen sie sich trotzdem bewerben. Sie sollen trotzdem das Auswahlverfahren machen und mit der Ausbildung starten, weil das ist halt wieder eine andere Welt als die Schule selber. Und nicht entmutigen lassen, den Traum verfolgen, wenn sie es gerne machen möchten. Und geformt werden sie in der Ausbildung und im Studium. Also nicht abschwecken lassen, sondern einfach versuchen. Einfach versuchen. Und vielleicht darauf hoffen, dass Bianca eure Ausbilderin sein wird. Denn ich glaube, da seid ihr in richtig guten Händen und vor allem in sehr sympathischen Händen. Das weiß ich nicht immer so. Das sage ich wahrscheinlich jetzt, weil ich noch nicht im Bootcamp bei dir war. Ja, ja. Frau Schaller. 13 Liegestütze. Liebe Bianca, ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei dir bedanken. Du bist wieder so eine Gesprächspartnerin, mit der ich eigentlich vier Stunden füllen würde. Deswegen danke ich dir sehr für deine Offenheit, für all das, was du uns verraten hast, dass du uns so tief hast blicken lassen. Auch in die nicht so schönen Seiten, aber auch natürlich in die positiven Seiten. Und ich hoffe, dass du dir dein Herz und deine Leidenschaft für diesen Beruf behältst. Und ich wünsche dir einfach, dass da ganz, ganz viel passiert. Dass ihr in Zukunft diesen Job genauso gut und glücklich machen könnt, wie ihn jetzt gerade tut. Vielen Dank. Es war auch von meiner Seite ein total schönes Gespräch und es hat mir richtig Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, und auch bei euch da draußen möchte ich mich natürlich wieder ganz, ganz herzlich bedanken, dass ihr mittlerweile in die 20. Folge schon reingehört habt. Die 21. wird folgen. Ich freue mich sehr darüber. Und dann wünsche ich euch bis dahin erstmal alles Liebe. Bis zum nächsten Mal.